Messe Freiburg. Ein Autotransporter und eine klare Aufgabe für zwei Lkw-Fahrer. Da steht unser Lkw. Der muss dringend hier rausgefahren werden. Wenn Sie einmal kurz überprüfen würden, wie viele Fahrzeuge drauf sind und die einmal kurz zählen für mich, dass ich auch weiß, dass alles seine Richtigkeit hat. Na mal zwei, vier, sechs, sieben Stück. Genau. Jetzt mache ich noch ein Foto einmal, dass ich da auch sicher bin, dass das alles stimmt. Wenn Sie einmal mit drauf sind, gehen Sie einmal ein Stück zurück, bitte, dass ich auch drauf habe, dass alle sieben Fahrzeuge drauf sind. Wunderbar, das hätten wir. Nochmal kurz zum Verständnis. Sieben Fahrzeuge sind drauf. Vier oben, drei unten. Hinten ist noch ein Platz frei. Da fehlt ein Wagen. Den haben wir in der letzten Halle. Den müssen Sie noch aufladen. Also bitte einmal hier raus, nach links und wieder links. Dann empfängt Sie dann meinen Kollege. Dann bitte den Wagen schnell aufladen und dann können Sie losfahren. Alles verstanden? Also bitte einsteigen und rüberfahren. Danke. Beide Lkw-Fahrer bekommen exakt die gleichen Anweisungen. Komm dann gleich rüber. Beeilen Sie sich. Aber egal, wie willig die zwei sind, sie haben keine Chance, es der strengen Chefin recht zu machen. Denn eins der sieben Autos auf dem Transporter gehorcht nur diesem Mann und seiner Fernbedienung. Mit einer großen Schmerz. Auf der großen Lücke auf dem oberen Ladedeck verlässt unser Transporter die Halle 1. Der Fahrer ahnt noch nichts davon, aber das wird sich gleich ändern. Warum haben Sie jetzt den silbernen Wagen abgeladen? Da sind ja gar keine Silber drauf. Sie sagen zu mir sieben Stück. Was haben Sie denn gemacht? Warum laden Sie denn einen ab? Wo habe ich ihn abgeladen? Da fehlt doch einer. Ich bin raus. Da drüben steht ein silberner Wagen. Wir haben doch gerade extra gemeinsam noch gezählt, wie viel Wagen Sie drauf haben. Ja, da waren sechs. Sie haben mir noch gesagt, ich soll das zählen hier. Ja, sieben. Sehen Sie. Und wo ist er? Ja, wo ist er? Ich habe ihn nicht aufgeladen. Sie haben ihn abgeladen. Was? Werden Sie wohl abgeladen haben oder nicht? So offensichtlich. Kein Auto abgeladen. Ich komme gerade in die Halle rüber, wo wir gerade losgefahren, wo Sie gerade losgefahren sind. Ja. Und da steht ein Wagen. Ich habe gesagt, Sie sollen hier einen aufladen. Schauen Sie doch. Ja, ich habe nichts abgeladen. Ich bin gleich hierher gefahren. Schauen Sie, da fehlt ein Auto. Da war gerade noch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Sag Sie auch gerade, ich habe nichts abgeladen. Ich habe ihn nicht abgeladen. Aber er steht doch drüben in der anderen Halle. Ich lade jetzt den. Sagen Sie mal. Da verschwinde ich. Ich, äh. Da bin ich glaube ich wieder außerirdisch. So kommt es mir auch langsam vor. Was? Ja, was, was? Wir haben doch vorhin extra noch ein Foto gemacht. Soll ich es Ihnen zeigen? Glauben Sie es mir nicht. Ja, zeigen Sie mir das Foto. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da sind Sie sogar noch mit drauf. Lassen Sie uns gemeinsam rüber gehen. Ich zeige es Ihnen. Da ist er doch. Da war nicht da gestanden. Sicher? Ja. Da stand der LKW. Den haben Sie doch gesehen. Ich habe, soll ich das Foto nochmal zeigen? Wie erklären Sie sich, dass er dann jetzt hier steht? Das ist mir wurscht. Sie sehen ihn doch hier stehen. Ja, aber ich habe nichts abgeladen. Ich schwöre es Ihnen. Entweder bin ich jetzt total geistesgestört oder ich weiß auch nicht. Ich bin losgefahren, habe kein Auto abgeladen. Wo der LKW-Start steht, der 2-1er-BMW. Sie träumen? Ich habe das Auto nicht abgeladen. Dann können Sie machen, was Sie wollen. Kommen Sie, wir gehen zurück und holen den LKW. Und? Habt ihr das Kunden? Ich habe ihm jetzt mehrmals das Foto gezeigt. Das interessiert mich nicht. Ich habe nichts abgeladen. Du musst dir vorstellen, einer hat ein 7 Autos drauf. Dann bin ich rausgefahren in die nächste Halle rein. Dann habe ich noch 6 Autos drauf. Nein, bei Außerehrlichen bist du. Kommen Sie bitte mit. Sind Sie ruhig. Ich fliege sie noch raus. Okay, in Ordnung. Ich fahre schon hin und ich fahre das rein. Achten Sie auf dieses Auto hier. Davon haben wir in der anderen Halle auch einen Doppelgänger. Und den fliegen wir unseren Truckern jetzt auf den freien Platz. Ja, zurück, noch zurück. Weiter, 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 weiter. Und stopp. Stopp. Danke. So, sind wir drin. Weißt du, was komisch ist? Wir haben schon wieder einen mehr drauf. Wie? Wie kommt das? Haben wir da aufgeladen oder was? Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Oh nein! Warum haben Sie denn jetzt das braune Auto aufgeladen? Weißt du schon gleich noch, was ich sagen soll? Ich auch nicht mal. Wir haben drüber gesprochen, dass Sie bitte hier wieder herfahren. Und ich habe nichts von Wagenaufladen gesprochen. Was machen Sie? Jetzt müssen wir wieder drüber fahren, drüben wieder abladen, weil der in die andere Halle muss. Aber den müssen wir auch mitnehmen, von dem her passt es ja. Nein, eben nicht, den silbernen. Ach gut. Zwei verschiedene Autos, zwei verschiedene Farben. Falscher Wagen. Dann holen wir den anderen, das ist kein Problem. Bitte beeilen. Ja, ist ja gut. Ja. Und natürlich ist der Platz dort oben wieder leer, wenn er drüben in der anderen Halle ankommt. Warum halten Sie sich denn nicht an meine Ansagen? Sie sollten den braun nicht drüben lassen, drauf lassen. Ne, ich verstehe Sie, schon eindeutig, das ist nicht das Problem. Wo ist dann das Problem? Das ist die Autosformel weglaufen, glaube ich. Das gibt es gar nicht. Gerade eben stand der drüben, jetzt steht er hier. Wie lange machen Sie den Job schon? Schon länger. Vier Jahre. Das klappt? Na ja, das ist jetzt ohne Probleme. Das sehe ich. Bei uns klappt es nicht. Kommt mir auch gerade zuvor, ja. Vor allem gibt es sie, gerade eben stand da noch drauf. Ich habe es noch gesehen. Ich verstehe nicht, wie Sie das machen. Aus der Mitte vor allem, fliegen Sie die runter, oder? Das überkommt es bald zuvor, ja. Darf ich Ihnen mal zeigen, wie das geht bei uns? Wie geht es bei euch? Rauf mit dem Wagen. Ich werde mal einiges klar, ja. Wie machen wir das? Bei uns? Ich habe jetzt echt gerade gedacht, ich bin zu blöd. Bei Verstehen Sie Spaß? Ja, super. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß? Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie Spaß? Ja, ja, ja.